Hey liebe Leute und herzlich willkommen zum siebten und damit letzten Part von Earthworm Jim. Letztes Mal haben wir den guten Pi nach Hause gebracht. Man könnte denken, schlimmer kann es nicht werden, aber vielleicht wird es das in diesem Part. Denn in diesem Part begeben wir uns in das Nest der Insektenkönig. Wenn ihr schon da seid, lasst gerne ein Abo da, würde mich riesig freuen. Und wir starten rein, die letzte Folge von Earthworm Jim. Und schon sind wir im nächsten Level. Buttwill. Okay, hinterm Dorf, oder so? Was zur Hölle es Buttwill? Use your head. Da, hab ich. Achso. Okay, das ist so ein Level. Oh Gott, das ist ja übelstressig, jetzt schon. Wir sind ja mega in der außerirdischen Plurre hier. Jetzt weiß ich, was mit use your head gemeint war. Aber wir kennen das alles schon. Ah, okay. Und wenn man einmal irgendwo gelandet ist, ist man auch gleich dauernd verflucht, ey. Also müssen wir flawless durch. Okay, ich nehme einfach mal die gleiche Abzweigung. Ich hoffe, die ist gut. Vielleicht hätten wir auch links nehmen sollen. Das Blöde ist natürlich, man muss die ganze Zeit drücken. Das lenkt auch ein bisschen ab. Aber so einen ähnlichen Level kennen wir schon von Donkey Kong. Also nix Neues. Oh Gott. Ah, man kann sich doch noch retten. Ach, wir haben Leben gekriegt. Das war's schon. Okay, und wo sind wir jetzt? Das sieht aus, als wenn wir dem Ende des Spiels schon sehr nahe kommen. Wie nah? Werden wir noch ausfinden. Wenn dann nicht alle Heilung haben. Das sieht verführerisch aus, aber das hole ich mir nicht. Okay, wie soll man da... Ich hätte bestimmt oben lang können, ne? Ah, okay. So sieht's aus, wenn man's drauf hat. Oh Gott. Hä? Aber ich kann doch hier mein Head gar nicht benutzen. Okay, dann müssen wir wohl einfach nur irgendwie hoch. Dann ist das denn so einfach her. Ah, schade. Okay, einfach nur hin und her. Dann ist das auch gar nicht so schwer. Gut. Jetzt ist schon mal ne Stufe höher. Ich wollte gerade sagen... Mann, wieso hab ich denn... Ich will jetzt den übelsten Ballern. Ich wollte gleich die haben. Gut gegen so ne Kleinen. Ja, gut. Ich kann das Nest wegschießen. Ich hab schon gedacht. Hätte es jetzt nur gewackelt... ...hätte es mich genervt. Oh, da oben kann man auch hin. Okay. Ah, okay. Alles klar. Das hatten wir auch schon mal. Wegballern das Zeug! Kommt nochmal zwei raus. Okay. Schon gesehen. Äh, okay. Und ich blitze im Hintergrund. Joa, das sieht ein bisschen creepy aus. Man kann hier rüber. Oh. Oh, und was zum Heilen. Ja! Nehmen wir gleich alles mit. Oh Gott! Wie schnell kommen die denn da raus? Und was bist du? Für ein komischer Wurm. Hä? Geil. Ist der einsterblich? Anscheinend. Na gut. Dann gehen wir halt vorbei. Hauptsache, ich krieg die Money nicht. Ah, ich hab irgendwie ein Gefühl, wir müssen wieder runter, hä? Ja, okay, aber das ging. Oh Gott, was zur Hölle seid ihr? Sind die auch unsterblich? Ah, bloß hoch. Das kann sie nicht treffen. Okay, die sind auch unsterblich. Aber sie hauen anscheinend immer längst rechts. Da war eine Kuh! Habt ihr das gesehen? Das war die Kuh, die wir am Anfang gelauncht haben. Okay, hier müssen wir unseren Kopf immer weiter benutzen. Alles klar. Was war das? Ein Stern. Oder so. Okay. Nehmen wir einfach mal in Kauf. Dann kann man rüber. Oh, wir sind bis zum Kontinu. Erstmal abspeichern. Oh Gott, Hilfe! Da kommen wir mit blöden Insekten. Oh nein, da kommen wir unendlich, ne? Bis ich das Ding oben weggemacht hab. Was ich gerade versucht habe, aber das nicht so leicht klappt. Nein! So, jetzt aber schnell hoch. Aua. Wieso kommt die eigentlich von hinten? Ach, das ist bestimmt auch ein Nest. Oh, erstmal Heilung. Aua. Ja, dann ist mir das auch egal, wenn ich hier getroffen werde. Muss ich da unten durch? Ist das euer Ernst? Ich muss doch oben rüber. Geht nicht oben rüber. Okay, ich muss unten durch. Das geht aber nicht. Aha. Ach, da kann man schwingen? Ah, alles klar. So wird ein Schuh draus. Nach oben. Ach nein, da ist ein böses Nest. Und rüber. Oh Gott. Aus nächster Nähe. Einfach gegenfeuern. Oh Gott. Als wenn dann noch... Achso, das war noch gar nicht unten. Alles klar. Nee. Ich dachte, ich hätte schon. Okay, da sollen wir wahrscheinlich einfach rüber. Oha. Oha. Meine Güte. Wird auch immer knapper, du. Oh, Heilung. Ach, der... ...beißt seinen einfach kaputt. Gut zu wissen. Auf ein neues. Oh Gott. Das war ein bisschen zu früh. Aber es gibt ja hier ein bisschen Heilung. Immerhin. Nein. Wieso rutscht der da einfach runter? Ich hab mich gar nicht bewegt, Mann. Oha, dieses Spiel. Ja. Das ist mir so wieder rübergekommen. So. Der rutscht einfach von selber? Ja, der rutscht einfach von selber. Ich muss zwischendurch mal springen. Oh Gott. Oh Gott. Wie viele sind hier denn bitte? Nein. Auseinandergefetzt. Na, geil. Warten wir den ersten erstmal ab? Da schnappt er schon zu? Okay, danach treffen die sich nur noch. Nein. Mann, ist das eine blöde... Giraffe! Okay. Wird schon irgendwie gehen. Den ersten warten wir wieder ab. So, verzieh dich denn auch mal. Du brauchst nicht... Oh, ich will die Heilung aber haben. Und der ist ganz blöd. Hä, wieso kommt der denn jetzt gleichzeitig mit dem anderen? Also ganz weird mit der Zeit hier mit den Würmern. Okay. Den haben wir schon mal. Gebaitet. Der ist auch weg. Den muss man, glaube ich, auch baiten. Okay. Ach, der beißt zweimal zu? Ne, man hat doch schweiblich nur getroffen. Was soll denn das auf einmal? So, okay. Hoch. Den baiten wir. Nur solange er da ist, beißt er wahrscheinlich. So, den können wir wegmachen. Oh Gott. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Okay, wo soll ich jetzt hin? Da? Nein, soll ich nicht. Nicht zu beißen? Hä, wie soll man das denn sch... So weit kann ich doch gar nicht springen. Das Blöde ist, dass man von diesen runden Dingern immer runterrutscht. Das heißt, man hat auch keine Zeit zu verstaufen. Ist immer gleich durch. Ist er weg? Ja. Der ist auch weg. Gut. Halt dich doch irgendwo fest, Junge! Also den kann man ja ein bisschen baiten. Ganz easy. Oder auch nicht. So, jetzt aber. Komm. Und bleib mal nicht so lange draußen, Mann. Was habt ihr denn für Leiden? So, hoch. Der ist easy. Warum lässt der... Hä? Das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Hä? Also zeittechnisch ist das alles ganz weird hier mit euch. Komischen Würmern. Oder einen komischen grünen Fliegen. Was soll ich euch denn sympathischer? Okay, wenn man hier hochklettert, dann kriegt er es aber nicht so gebacken. Alles klar. Junge, Alter, spring doch. Okay, mehr als fliegen kann ich jetzt nicht mehr. Überall stacheln? Überall? Wo soll ich denn hin? Das ist das reinste Labyrinth. Also mit Pete war ja eine Sache, ne? Aber so langsam hoffe ich wirklich, dass das Spiel bald vorbei ist. Autsch. Wenn ich jedenfalls wüsste, wo ich danach dann hin soll, weil es gibt auch keine Anzeichen. Aber wir gucken mal. Ich war ja bis jetzt nur erst einmal da, weil ich ja an diesen nervigen Typen hier nicht vorbeikomme. Zack. Zack. Sehr gut. Mann. Die übelsten Endbosse hier. Diese blöden Würmer. So, der kommt eh nicht raus. Aua. Aber der. Okay. Hoch mit dir, Junge. So. Komm raus jetzt da. Ich hab die Schnauze voll von euch blöden Würmern. Bin froh, weil ich euch nie wiedersehen muss. So. Oh Gott. Mann, ich will da vorne landen, damit er nicht rauskommt. Wieso klappt das denn nicht? Autsch. Zumindest war das der einzige Plan, der bis jetzt irgendwie geklappt hat. Dass er dann nicht sofort rauskommt. Und ich rüberspringen will. Und zerslict er mich sofort. Wieso kommt der jetzt wieder so schnell? Hä? Ich check nicht, was diese Gegner von mir wollen. Macht alles überhaupt keinen Sinn, wie die sich bewegen. So, das macht ein bisschen Sinn, weil dann lässt er sich rausbaten. Das kann ich ja irgendwo verstehen. So, warum ist der oben jetzt schon da? Und warum bist du jetzt schon wieder da? Ah, okay. Dann lassen sich alle ein bisschen baiten. Jetzt schnell. Ja. I'm living. Jetzt weiß ich aber wieder nicht, wohin. Einfach rechts rüber. Einfach rechts rüber. So weit wie geht. So weit wie geht. Ja. Hoch mit dir. Oh, wie er immer nach links bauzt. Ich glaub's bald. Oh, ich dachte schon, das wär zu früh. Ja. Gott. Beim ersten Versuch danach gleich wieder. Dass er auch da oben immer festhängt, ne? Ist er nicht stressig oder so? Aber ich glaub, wir haben's diesmal. Was war das denn? Warum ist das denn so unfair, dieses Level? Also jetzt sind wir so weit gekommen, dass ich das Spiel auch endlich mal durch habe. Es kann doch nicht sein, dass ich an dieser Stelle nicht vorbeikomme. Das mit Piet war viel stressiger. Nein! Wieso kommst du denn jetzt raus, Mann? Eben bist du nicht rausgekommen. Das war mega dämlich. Ja! Wir sind wieder durch. So, das Ding ist, ich kann ganz rechts rüber. Aber da muss ich irgendwie anders fliegen. Oder was? Weil er kommt ja nicht dahin. Weil er fliegt zu weit runter. Ich check nicht, wo ich hin soll. So, ich hab eben nochmal nachgeschaut, weil ich einfach nicht weiter weiß. Und ich hab ein paar interessante Sachen gefunden. Erstmal ist da ein Hebel. Die ich nicht erwische. Weil ich zu blöd bin. Wuhu! Und hier ist ein Jackpoint. Und hier kann man sterben. So, hier ist ein Jackpoint, wollte ich sagen. Und? Oh Gott. Hier werde ich einfach gekillt. Junge, hör doch auf, dich festzuhalten immer. Ich will das Leben hier haben. Hier gibt es nämlich Leben. Zack! Und wieder hoch. Oh Gott. Und ich glaube, jetzt muss man eigentlich nur wieder zurück. Gut. Und die Viecher kann man umbringen. War zumindest in dem Video so. Tatsächlich. Und ich mach mir die ganze Zeit so einen Stress hier. Oh! Oh. Da gibt's ganz viel Muni. Naja, hat zumindest ein bisschen was mitgenommen. Hätte ich das gewusst, dass man die Viecher einfach wegmachen kann, hätte ich mir den ganzen Stress doch nicht gemacht. Habe ich das nicht bei Form auch versucht? Ja, wahrscheinlich ja weniger. Oh Gott. Ja, okay. Aber man kann sie trotzdem auch baiten. Die Frage ist, wie lassen sie sich baiten? So. Da gehen wir einfach vorbei. Das ist mir zu stressig. Und anscheinend... Oh Gott. Bin ich zu blöd. Oh. Kann mich einfach lang hangeln. Oh. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Und dann hätte ich mich da ran halten können. Und dann wäre ich nicht so blöd gestorben in den Stachen. Und auch ein neues. Diesmal versuchen wir uns da unten ein bisschen ranzuhangeln. Ja. Oh Gott. Oh, der nächste Checkpoint. Wir haben es geschafft. Wir können weiter, Leute. Und wir kriegen endlich viel Money. Das gefällt mir alles gar nicht. Und das sieht hier auch alles nicht so nett aus. Sind wir auf dem Riesenwurm? Oh. Das ist unser Freund. Diesmal hau ich dich weg, Junge. Überrasch mich nicht noch einmal. Gut. Können wir hier irgendwie hoch? Ne. Da müssen wir rechts rüber anscheinend. Da ist noch so einer. Na gut. Den warten wir mal ab. Oh Gott. Oh Gott. Bin ich richtig? Oh. Oh Gott. Hier rutsche ich ja auch. Muss ich hier runter? Was ist das denn für ein Ding? Ist er mega widerlich? Wir hauen einfach mal gegen. Anscheinend ist das das, was wir machen sollen. Ach, hier sind Stacheln. Unten. Oh. Und rechts natürlich auch. Oh Gott. Vielleicht sollte ich da nicht jedes Mal drin landen. Okay. Jetzt schlochten gibt's auch. Okay. Und auf ein neues. Und ich klatsche. Anscheinend macht der mir keinen Schaden da oben. Nur alles, was unten ist. Und links. Aua. Und voll reingetrieben. Mann. Also jetzt springe ich ja perfekt. Okay. Okay, jetzt kommen mehrere. Hä? Jawohl. Ein paar Mal auch nicht getroffen. Das glückt doch. Aua. Genau dazwischen. Na am Anfang kann man ihn schon mal ganz gut hitten. Weil noch keine Stacheln kommt. Jetzt kommen sie. Ja. Easy. Weggemacht den Jungen. Alles klar. So läuft es. Und wir haben wieder ein Jackpoint. Und ordentlich Money. Okay. Und die Blitze da hinten sind rot geworden. Kann das sein, dass das gleiche Ding ist, was wir eben gekämpft haben? Was zur Hölle ist das? Ein Rieseninsekt. Schlimmer als Öff um Jim. Was? Böllerchen schreit es einfach so weg. Ihr nervt mich. Aber irgendwie das Gefühl der Schleim da, der wird mir wehtun. Nö, wird er nicht. Na gut. So, die Frage ist, wie lange ist das Level noch? Halt dich irgendwo fest, Junge. Irgendwo. Ja. Was bist du für eine Schleimplattform? Bist du nett zu mir? Aua. Vielleicht soll ich auch treffen. Bist du nett zu mir? Jawohl. Flawless. Ja. Diesmal hab ich drauf. Alles klar, mein Freund. Wo willst du mich hinbringen? Wieso fliegst du denn weg? Okay. Was sieht noch Boss aus? Das ist sie. Was hat sie für einen fetten Körper? Und so einen kleinen Oberkörper nur. Gut, dass ich ordentlich Money hab. Kriegt sie. Die Frage ist, zieh ich ihr was ab? Sieht ganz so aus, oder? Okay. Ich mach einfach so weiter, bis ich keine Money mehr hab. Falls das nicht der Way to go ist, dann hab ich Pech gehabt. Kannst du Peitschen? Nee. Vielleicht von hier. Okay, dann schießt sie nur in Sekten raus. Aber interessant zu wissen, ob das vielleicht doch klappt. Oh. Das war irgendwie anders, oder? Okay. Okay, ich glaub, ich muss sie Peitschen. Was sehr einfach ist. Yippie! Ist jetzt was gebracht, oder nicht? Ja, irgendwie schon. Ich muss dauernd ballern, weil sonst holt sie ihre Viecher immer raus. Ich check's noch nicht ganz, Leute. Weil irgendwie werden wir sie besiegen. Okay. Auf jeden Fall immer ein bisschen rum. Boah, hab sie wieder getroffen. Jawohl. Ich bin hinten reingesprungen. Auf ein neues. Auf jeden Fall hab ich sie jetzt auch nicht damit getroffen, mit den Schüssen. Die Frage ist nur, zieh das was ab. Okay. Wir kommen halbwegs voran. Irgendwas davon wird ja schon was abziehen. Muss ich hier ein Zauberstab treffen? Kann das sein? Dann macht er auch keinen Sinn. Ich mein, wie soll ich den treffen? Muss er auch irgendwie auf dem Ding hier stehen bleiben. Ja! Wir haben sie! Da sind sie geplätzt, die Aule! Sie hat doch keinen Bock mehr. Einfach nur raufballern und reinpeitschen, liebe Blöder. Was was gebracht hat von den beiden, weiß ich nicht. You're the best! Das bin ich wohl. Okay. War's das einfach mit dem Game? Anscheinend. Das war der Endboss. Ach, guck mal da! Oh, eine hübsche... Dame, eine hübsche Königin. Von unserem Erfram Jim. Ah ja, wir kennen's aus den Comics. Kaum sieht man ein... Sieht der Mann eine schöne Frau. Ist alles vergeben und vergessen. Knutsch, knutsch. Nein, die Kuh, die wir geschmissen haben. Nicht auf unsere Königin! Oh. Aber sie lebt doch noch. Sie zwinkert doch noch. Schubst doch die Kuh da einfach runter. Das ist doch schon mal getan. Das war's anscheinend. Mit der Erfram Jim. Und das war's mit Erfram Jim. Kurzes Fazit. Ich fand das Spiel mega cool. Die Grafik fand ich super nice. Die Levelvielfalt. Bombastisch, Leute. Bombastisch. In jedem Level gab's neue Herausforderungen, neue Spielmechaniken und neue Dinge zu entdecken. Natürlich geht der Frust mit mir, gerade bei Jump'n'Runs, Hand in Hand. Aber wie ist es auch anders zu erwarten? Was haltet ihr von dem Game? Schreibt's gerne in die Kommentare. Und falls ihr die vorigen Teile noch nicht gesehen habt, Playlist-Link gibt's in der Videobeschreibung. Und sonst natürlich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Game. Peace, Leute. Ich bin raus. Bye, bye. Here we go. Outro Outro